Lege dich auf den Rücken, atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Stelle deinen rechten Fuß auf, bringe die Arme mit den Handflächen nach unten unter deinen Oberkörper und strecke das rechte Bein wieder aus. Ziehe die Schulterblätter so weit wie möglich zusammen. Hebe mit der nächsten Einatmung deinen Brustkorb an, Kinn zur Brust. Mit der Ausatmung lässt du den Kopf sanft nach hinten sinken und stellst ihn auf dem Scheitelpunkt ab. Das Hauptgewicht wird von den Unterarmen getragen. Füße und Beine sind zusammen und entspannt. Der Fisch, Matsyasana. Genieße die tiefe Atmung, die durch den geöffneten Brustkorb jetzt möglich ist. Hebe mit der nächsten Einatmung deinen Kopf, Kinn zur Brust. Lege mit der Ausatmung deinen Oberkörper ab und löse deine Arme. Lasse deine Füße locker nach außen fallen und spüre in deinen Brustkorb. Abonniertel. Untertitelung des ZDF, 2020